gesicht so gut der penner so machen wir jetzt die kurve ach bis dahin willst du okay ja wo weiter die kiste so von der soja gut da könnte rausziehen bis zu dem dass man keine ahnung vielleicht hier noch dass das hier auch noch drin ist aber die aussagen bis roterblatt hier noch irgendwie klima sind oder wir sterben ganz fahrlässig ich kann das mit der tasche ist wo wir einrasten der rastet hier rastet hier nirgends wein das setzen mit strich es geht hier irgendwie gar nicht und dem hier ist egal ist egal doch hier jetzt ging es in der vorsatz und wenn ich meine die richtung schlaufe denn hier so ich wahrscheinlich das holz clown wo muss ich hin dahin du ziehst es da so raus dann setze ich die auch hier neu virginia direkt auf mich zu gesprintet wenn man diesen buchst du wenigstens mal los ist das auch schön mal vielleicht so ein bisschen abstand hier von dem stein hier halt wo man jetzt hat er hier vielleicht jetzt hat er hier so rüber gehen jetzt hat hier so so ungefähr dass hier drüber ziehen genau geht es was und ich eigentlich vergoogeln mir geht nicht hier noch mal daran genau so scheiße man muss mal das essen hier essen trinken schlafen schlafen bin ich alles das wollte ich nicht machen ich wollte jetzt eigentlich was essen hier ok also also man man kann sich zur not auch wieder gesund essen man muss zwar ganz schön was reinhauen aber wechseln da noch voll der passen oder naja halbwegs hier drinnen ja es wird klappen müssen dann mal wieder was jagen hier oder die leute zum jahr ist so dass der see wieder aufgetaucht ist wieder aufgetaucht wasser ausrüsten wir sind wieder unterwässert so kann man ja klar man kann ja immer gleich zwei abbauen hier ich mach mir auch wieder kompliziert als es eigentlich sein müsste hier aber mit den mit den stämmen ist nichts passiert wasser wieder aufgetaucht die stämme sind so wie sie sind stehen jetzt in der luft oder was oder gehen die wirklich bis er bis er bis zum boden runter stehen jetzt auf wasserlinie glaube ich oder ok ok das geht schon mal nicht ok das ist ja nicht ich 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 das die alle die die der tiefe die 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 rein und ein haus kurz mal verschwinden können im notfall und dass die tut er ist so anbocken oder wie doch ich an genau zum wasser scheiße ich meine ich habe es auch die ganze zeit gemacht aber nimmt doch gleich immer gleich er nimmt doch gleich über zwei stämme wirst du stress oder willst du was dabei laufen und jetzt noch nicht andocken doch jetzt und das ist irgendwie mit der andere mauer noch kommt das ist ja hier ja wie ein gas krank kommt ihr angebotet war da mal scheiße jetzt wenn uns das bt ab das geht nicht und für uns fällt was ab geht hier ach so scheiße kann man das auch abbauen ne schaut nicht so aus schade das hier müssen wir praktisch einen was zum geier ist da draußen los so lange sie noch er gefrorenes schnell herausziehen die mauer du siehst doch dass ich hier auf außer ich bin ich bin plötzlich jesus der tut die antworten aber ersetzt nicht weil das wasser nicht mehr gefroren ist ja die ecke wäre natürlich doch schickt dass da irgendwie zu zu bekommen kannst du da was setzen mal nicht mehr gefroren bei dir ist es ja noch gefroren du musst ja besetzen können ja aber ich muss ich komm hast du gott ist aber hesschen hier gerade gekillt hier kann ich nix mehr setzen ganz schlecht ist gar nicht und du bist der eisläufer du bist der eisbrecher das können wir im prinzip lassen wir müssen mal eine größere wurde jetzt brauchen das war irgendwie nach oben kommen jetzt kriege ich irgendwann ein problem oder bist du erst mal das schaufel aus holen da haben wir beide brauchen wir alles nicht alles vergammeln was ich einstecken habe sie auch irgendwas zu gebrauchen und fleisch roten fleisch ne geil wenn man das schmeiße ich mal da hinten irgendwo raus so muss es hier bürnt fleisch das geschätzt wird das disco wegschmeißen oder kommt es nicht fallen lassen roten fisch roten 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 das ist verbrannt das kann ich nicht schmeißen schmeißen also elektrisen wo sind die eigentlich diese kleinen sind genau die sind genau über den den schokoriegel okay dann müsste ich ja auch welche haben ach hier sind sie speckstück hörte haben wir rein hier noch nicht gegen die und die bonus kann das sein goldmaske ist dort dort was gestor ich bin schon wieder hier fast im arsch ich schlage ich schlag durch den durch und er kommt mit einem geschlag danke er habe ich erhaut mich hier mit einem geschlag hier nieder wenn man ich höre was probieren ich will mal mit dem hier kurz die knarre geben vielleicht hat die unendlich munition oder so ich kann mir die knarre nicht geben wollen wir das ich habe keine kleine hier hier die knarre es geht auch ein bäbel und mit ihrem größten arm scheiße ich habe keine kleinen steine mehr nächtelang heimlich gespielt ich brauche keine steine also jetzt scheint das momentan einen kleinen stein was macht im hintergrund ist die aus ist die dauerung mal und ist da was macht also hat die steine gegeben das ging weil ich überhaupt nichts gesehen also qr stoff kann ich gegeben jeder kann ich gegeben ist blöde ist man sieht ihn nicht so wirklich geht man und man würde das symbol auf dem boden sehen vor allem jedes mal wenn du mir ein kleines steinchen gibst drückst du mich weiter weg also wollen wir hier wollen wir hier nicht machen also so lang ja so lange was zufrieden sind schon wieder so riese auch gott andere seite wo wir sind in das und riesen normal er wird ja da sind heute einer ist hier drin habe ich gerade der riese hat mit ihnen umgebracht der was macht er hat mit ihnen umgebracht umgebracht ja die liegt beim dreck die leistreile man schneller ja ich versuche dass hier ist stücke zu wollen ich habe mich halt das wetter umgehauen vielleicht sollten wir treffen wie steht im ort noch er steht wieder gesetzt ja noch mal jetzt eine der ist auch hin im fall habe ich noch jetzt sieht mir irgendwie nicht hier wird nicht getrauert die wird gestorben noch einer bin gerade besonders blut rünstig ich habe jetzt hier gerade zwei noch mal platt gemacht alle mitnehmen haben wir also ich glaube wir haben aktuell gar kein feuer und es sein ich habe es ist manchmal unter dem schnee verdeckt also das ist noch da also das ist unter dem schnee aber ich muss mal ein paar so die schatten hier mit scheiße wir bräuchten es war hier wir bräuchten vor all dem auch so ein knochen halte spitzen vielleicht war es mein feuer hier baumunterschlupfunterkünfte wo ist das feuer hier oh gott ich sehe schon nix oh ja seh ich noch weniger wo ist das fucking feuer hin äh weiß nicht fallen unterkünfte x nehmen so klar das war ja das mhm verstärktes feuer stocklager steinlager stammlager knochelager äh diverse hölzer und steine drum kloppen ok warte mal das müssen wir nehmen hm hm so haben wir noch steine ich bräuchte mal warte mal ich muss ich muss mal ich muss mal ein paar äh ein paar stickys holen ja so dazu brauche ich meine Axt 4 5 och ich sag mal schon wieder besuch es kann doch nicht wahr sein leute was ist denn los die gehen langsam auf den nerven gell muss ja irgendwie mal zur ruhe kommen wenn ihr die reißen in die mauer ab ne woher noch stiggys stiggys aber nicht ok und mehr knochenhalterung sagst du ne ich hab schon einen hingestellt äh ok äh 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 nicht in reihe sondern äh vor den ersten also äh vor den ganz linken fernig ok hast du es hab ich fertig gemacht ja ok ich 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 mach jetzt trotzdem er gleich mal meine stickys wieder voll hier allein schon weil ich mir Pfeile machen will so sticky 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 noch ein sticky wahrscheinlich liegen hier massenweise am boden aber ja ich sehe es gar nicht so wirklich jetzt kriege ich noch mehr das inventar drücken hier ist kaputt ich komme nicht ganz schön warum das ja ich müsste ich müsste jetzt endlich auch langsamer schlafen hier nicht mehr aufzugreifen auf die kurze tasse gibt jetzt ok gibt es wieder ja alles ein bisschen buggy hier so ok haben wir jetzt ein feuer ja vorher habe ich gemacht was mit dir kommen die aufheben hallo hallo